An alle Frauen, die mir gerade zuhören, fast jede Frau macht diese Fehler täglich. Sie glaubt, sie muss alles machen. Sie muss perfekt sein in allem. Sie soll immer nett und freundlich sein, die perfekte Figur haben. Und so wachsen viele Töchter auf, die lernen, perfekt sein zu müssen, sonst sind sie nicht wertvoll genug. Nur sind diese Standards so hoch, dass es unmöglich ist, von irgendeiner Frau diese zu erreichen. Die Tragödie ist aber, dass viele Frauen täglich darum kämpfen. Sie hadern mit sich, fühlen sich nicht gut genug, sie wollen gut Geld verdienen, sie wollen gut aussehen, perfekt kochen, die perfekte Mutter sein, in allem perfekt sein. Und wenn sie alleine sind, fühlen sie sich fehlerhaft. Wir können niemals schön genug sein, wir können niemals die perfekte Figur haben, talentiert genug sein, freundlich genug sein, großzügig genug sein, die perfekte Mutter, die beste Freundin, die beste Ehefrau. In allem gleichzeitig perfekt sein, das kann niemand von uns sein. Stattdessen fühlen wir uns, wenn wir wirklich versuchen, diese Standards zu erreichen, und wir wissen, dass es niemand erreichen kann, fühlen wir uns nur wertlos, falsch, nicht gut genug, unterwürfig. Ich muss jetzt freundlicher sein als sonst, weil ich habe heute nicht so gut gekocht, ich habe mich heute nicht so gut um die Kinder gekümmert. Ich sehe nicht so gut aus wie die Nachbarin, ich sollte mehr Sport machen. Wir dürfen erkennen, dass diese viel zu hohen Standards, dass wir die gar nicht mehr brauchen, dass wir die stoppen dürfen, dass wir neue Standards erschaffen, wo wir fehlerhaft sein dürfen, authentisch sein dürfen und uns selbst genügen, nicht den äußeren Maßstäben gefallen müssen. Und wo wir als Frauen uns gegenseitig unterstützen, anstatt mit dem Finger auf die anderen zu zeigen und zu lästern, dass die nicht so gut ist, nicht so fleißig ist, nicht so ordentlich ist. Ihr kennt das, dieses Urteilen oder Verurteilen, das gibt es tagtäglich. Unsere Töchter brauchen neue Vorbilder, also lasst uns rausgehen aus diesem Perfektionismus, authentisch sein, zu uns stehen und uns gegenseitig unterstützen. Und hoffe, dass du dich mit diesem Video ein bisschen anerkannt fühlst, gesehen fühlst, gehört fühlst. Mich hat das, wie heißt das, mich hat das motiviert, dieses Video zu machen, bevor ich das Video beende, weil ich vor einigen Tagen eine Mutter im Rossmann getroffen habe. Ich war einkaufen alleine und da war eine junge Mutter mit zwei kleinen Kindern. Das eine war ein Baby und das andere Kind müsste eineinhalb Jahre alt gewesen sein. Die Frau hatte so einen Stress, sie war so genervt, sie war, ich hatte das Gefühl, sie war einfach überfordert, genervt, beide waren laut, das Baby hat geschrien. Die Kleine, die laufen konnte, wollte ständig irgendwas vom Regal rausholen, sie wollte eigentlich einkaufen. Ich hatte das Gefühl, die Frau umarmen zu wollen und hatte das Gefühl, ihr sagen zu wollen, du bist die perfekte Mutter, du machst nichts falsch, du machst alles richtig. Und es kommt die Zeit, wo das vorbeigeht, diese anstrengende Zeit, die du gerade durchmachst, die geht vorbei und du machst wirklich nichts falsch. Du bist richtig, wie du bist und das geht vorbei. Es wird einfacher, mit der Zeit wird es einfacher und wir Frauen, gerade Frauen, denken, dass wir nicht gut genug sind, dass wir irgendwas falsch machen. Warum kriegen es die anderen besser hin als ich oder warum ist es bei ihr sauberer als bei mir oder warum sind ihre Kinder nicht so wie meine? Meine schlafen nicht durch. Lasst uns wirklich in uns hören, in uns schauen und das täglich feiern, was wir täglich leisten. Jede Frau, auch selbst wenn du das Gefühl hast, nichts zu leisten, guck genauer hin. Und sei dankbar und feier dich selber und wertschätze dein Sein, weil du bist nicht wertvoll, wenn du etwas erreichst oder wenn du etwas tust. Du bist wertvoll, weil du existierst. Und nimm diesen letzten Satz noch mit. Dich wird es niemals mehr ein zweites Mal geben in diesem gesamten Universum. Dich gibt es nur einmal, so wie du jetzt gerade bist, mit deinen Erfahrungen, mit deinem Leben, mit deinem Sein. Dich gab es vorher so nie und es wird dich danach auch niemals mehr so geben. Es gibt dich nur jetzt und hier, genauso wie du bist, ein einziges Mal. Und allein deshalb, weil du jetzt da bist, bist du wertvoll. Dein Sein, nicht dein Tun, nicht dein Aussehen, nicht das, was du geschafft hast, sondern dass es dich gibt. Das macht dich wertvoll. Und damit entlasse ich dich in deinen Tag. Fühl dich umarmt, gesehen und gehört. Du bist wertvoll. Wertschätze dich.